Was? Nein, nein! Habt ihr vor kurzem eine Nachricht und einen Teil eines Siegels in eurem Haus gefunden? Ich sprach von einem Siegel. Etwas ernster bitte. Die Nachricht besagt, dass sich in einer Gruft irgendwo hier in den Orobas-Fjorden ein großer Schatz befindet und erwähnt drei weitere Forscher mit Teilen des Siegels. Wir müssen bei der Gruft zusammenkommen und gemeinsam den Schatz bergen. Da ihr jetzt Bescheid wisst, könntet ihr vielleicht versuchen, die anderen zu finden. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Ich habe keine Ahnung. Viele Helden haben hier gekämpft und ihr Leben gelassen. Wenn man die Orobas-Fjorde erkundet, stellt man schnell fest, dass eine alte Gruft keine wirklich spannende Entdeckung darstellt. Ich kenne die Handschrift nicht und wüsste auch nicht, wer uns solch ein Rätsel aufgeben würde. Ich hoffe nur, dass der Schatz auch wirklich existiert. Ich suche weiter nach der Gruft. Bis später! Bis später!